herzlich willkommen zu einem neuen blog diesmal nicht aus norwegen nein aus deutschland aus der ehemaligen hauptstadt von deutschland nämlich aus bonn und heute gucke ich mir mal an was diese stadt so zu bieten hat also viel spaß ja der beethoven ist hier durchaus ein thema in bonn er wurde nämlich hier geboren und wir gucken mal ob es noch weitere hinweise darauf gibt also das bonnermünster ist zu nix gucken nix kreuzgang kein gar nix aber ich drehe mich mal rum ein weiterer beethoven also hier im hochgarten da ist es schön da wird debattiert da wird diskutiert es ist einfach schön hier in bonn ich bin auf dem weg zum bundesbütchen und ich hoffe dass es nicht noch kilometer weit es ist gefühlt 200 kilometer und ich habe dorst und wehe dieses bütchen hat zu ich habe das bundesbütchen gefunden jetzt brauche ich vor allen dingen eins was zu trinken wir haben das bundesbütchen gefunden und jetzt gehen wir zum ehemaligen kanzleramt ja am ehemaligen bundeskanzleramt darf man nicht filmen also belassen wir es bei den wenigen aufnahmen wir sind jetzt wieder zurück in der innenstadt sind mittlerweile bei kilometer 7,2 zu fuß man kann hier eine hübsche kleine stadtwanderung unternehmen und es geht natürlich noch weit ja leute was soll ich sagen das poppelsdorfer schloss vollendet von clemens august kurfürst von köln ist eingerüstet das heißt ihr seht davon herzlich wenig genauso wie ich jetzt bin ich endlich mal wieder hier und dann ist das ding eingerüstet unmöglich naja es ist wie es ist nichtsdestotrotz ich hoffe der kleine rundgang durch die innenstadt von bonn hat euch gefallen macht's gut einen schönen tag euch ciao ciao ciao